Ja, freut mich, dass wir uns also heute hier so sehen. Es ist ja nicht normal, denke ich mal, auch in ihrem Job, dass man halt die Menschen, die man rettet, auch in diesem guten Zustand wieder trifft. Also für mich ist das ein extrem, wirklich ein sehr, sehr besonderer Moment für mich. Für mich auch. Ich habe ja keine Erinnerung daran. Ich weiß nur aus Erzählungen, dass ich mitten aus einem Satz fast aus dem Leben geschadet wäre. Man muss das mal so formulieren, dass das Leben in dem Moment vorbei war. Ja, das war es. Und es nur so gut gegangen ist, weil alles schon... Ich sitze ja hier nur stellvertretend für alle, die geholfen haben. Ich habe ja eigentlich nur meinen Job gemacht, aber für mich ist das so ganz, ganz besonders, weil wir würden so gerne so viel mehr Menschen helfen und dann so, dass sie hier sitzen und sagen, schön, dass ich lebe. Nur, wir kommen halt oft zu spät.